Musik Hi guys, I hope you're all doing fine. Welcome to the final countdown. This is day number four. Legendäre Kelly Family, beziehungsweise die nun schon 24-jährige Barbie Kelly. Sie nämlich singt die gute Laune Nummer Baby Smile. Den Clip zu dem Song haben die Kellys im Privatpark von Schloss Gümlich gedreht. Unser Top-Thema der Woche. Ende September, an einem lauschigen Spätsommertag, drehte John Kelly das Video Baby Smile. Ah ja, sind sie schon da? Auf dem Vorplatz des Schlosses nahm Regisseur John die Statisten des Clips vier geistig Behinderte in Empfang. Im Mittelpunkt des Videos jedoch... Sängerin Barbie Kelly. Der Clip wurde eigens für ein Best-of-Verkaufsvideo gedreht. Er soll nicht bei der Musik, sondern auf Rotation gehen. Der Clip ist ein Dankeschön an die Fans, die den Song bei den Kelly-Konzerten mal begeistert umjubelt haben. Das Mädchen, das mir diese Blumen geschenkt hat, heißt Dominik. Baby Smile, Baby Smile, Baby Smile, Baby Smile. Und wenn sie mich vielleicht singt, tue ich das Micking auf, dann würde ich sie bedanken. Danke Dominik für diese schöne, kleine Blümchen. Einen Tag lang wurde gedreht. Maite war verantwortlich für die Choreografie. Ebenfalls am Set Papa Dan Kelly. Don't fly, Baby. Baby Smile, Baby Smile. Ah, ich bin so ne heißen Arsch. Big Fat Ass. Baby Smile, Baby Smile. Bravo TV hält für euch noch mehr Kelly Stuff parat. Und ein Mitglied der Familie verrät euch nächsten Sonntag persönlich, warum sie sich geistig behinderte Statisten für Baby Smile gesucht haben. Don't fly, Baby. Baby Smile, Baby Smile. Musik 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 Titels Wersachsen